Das Problem ist, wenn ich... Ich bin jetzt gerade ernsthaft am Überlegen, einfach zu laufen. Wisst ihr, was ich meine? Also so, hallo, hier bin ich. Ich renne aber. Weil ich... Wie schnell registrieren die mich denn? Gar nicht. Ich sollte ja eigentlich schnell genug sein. Also es ist wahrscheinlich jetzt wieder nicht so die Vorgehensweise, wie das so sein sollte. So. Aber hoch. Aber... Ui, ui, ui. Ui, ui. Äh... Warum sind das so viele? Äh, okay. Okay, okay. Ui, ui, ui. Hilfe! Ich vergaß, dass das so viele sind dann auf einmal. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut, bis ich dann in der Bibliothek bin. Ich... Ich... Ich hab da drüben was gehört. Ach, nichts. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Ja, endlich. So, ich hab jetzt natürlich den Loot nicht mitgenommen. Ich hab es jetzt aber geschafft. Meine Fresse. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Archimisten eine Reihe. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vital ist, nicht sonderlich... Wir mussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Ja, na dann. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein heiliger Bruder. Oh, ich versuch mich mal jetzt hier lang zu schleichen. Mit der Hoffnung, dass... Äh, äh. Ah, doch. Boah. Lass mich da rein! Oh, Leute. Ei, ei, ei. Ja, ja, ihr braucht... Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist überseht mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Auf dem Boden. Gut, ich habe jetzt gerade festgestellt, ich müsste viel mehr, ähm... Eigentlich mal so Lut mitnehmen, so materialtechnisch. Ähm... Da glänzt irgendwas. Was ist das? Das ist Stoff. Das war jetzt gerade echt so... Zwei Türen. Okay. Ich nehme jetzt erstmal alles so... Gucke jetzt erstmal so unauffällig, was ich so an... Ein Lut mitnehmen kann. Türen aufmachen. Ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Und ja, Yugi hat Angst, die Türen aufzumachen. Es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Äh, das freie ich mich auch gerade. Können wir vielleicht doch nochmal kurz... Weil ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich hier die... Die Tür aufmache. Verschlossen? Verschlossen. Verschlossen. Warum will ich es überhaupt probieren? Okay. So. Okay. Wir müssen... Ein Buch finden. Ein Buch. Ja. Gibt mehrere davon. Was ist das? Geht nicht auf. Ähm... Schon interessant, was hier alles so liegt. Das sieht so aus, als wenn hier irgendwer... Äh... Mal... Äh... Alles so durchgesucht hätte. Hier irgendwas? Nope. Hier auch nicht. Äh... Hier muss doch irgendwo was sein. Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ach, das meint sie. Okay. Nö, da geht's auch nicht weiter. Aber das ist nicht der Fußboden. Ich bin nicht... Aber... ...zuzählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Die Talis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Das findest du merkwürdig? Seht ihr hier gerade noch jemanden? Ich nicht. Aber wie gesagt, ich sehe hier keinen mehr. Dann könnten wir ihn doch auch mal ganz kurz... ...das Köpfchen abschlagen. Okay, ich soll wieder irgendwas hier machen. Wahrscheinlich, weil ich da wieder nicht hinkomme. Richtig? Verschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Woher wusste ich's? Ich hab's mir schon gedacht, wo ich das gesehen hab. mit dem Wagen. Ich gucke gerade nur, ob ich hier noch Blut finde. Nicht, dass ich hier was übersehen hab. Aber es scheint nicht so. Na gut. Dann schieb mal ran. Daran, oder wo muss ich jetzt da hin? Das sind eigentlich Bücher. Und da ist ein... Okay. Ach, jetzt tun wir nicht so. Passt das? Lass mal wieder los. Wo muss das denn hin? Ah, da. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich glaube, Yugi hat's gefunden. Wo's hin muss. Ja, mach. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich muss es... da hin. Seht ihr? Ich werd besser in diesem Spiel. Yay. Minimal. Haben wir hier Loot? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier war kein Loot. Oh, doch. Es ist sei was Nützliches drin. Okay, das brauch ich nicht. Gut. Wie viel hab ich denn überhaupt jeweils? So. Ah, okay. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Das. Okay. Wir sind, glaube ich... hoffentlich gut ausgestattet. Ich hab Angst. Und, alte Mist, habt ihr genug Bücher, oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Ha, das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis mit Tielera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Angegelernt. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier einmal... Ja, schön, dass du dich beeilen willst, aber... Äh, ich hoffe, es sind nur zwei. Äh... Was war denn dieses... Äh... Ich glaube... Das... Das... Machen wir mal alles. Nein, das kann ich nicht machen. Verdammt, Axt. Gut, ich brauch ja eigentlich nur... Eigentlich müsste ich den... Ich hab da drüben was gehört. Was denkst du, was du da unten tust, ne? Hallo? Hallo? Ich mach mich noch mehr, lass mich noch. Ich mach mich noch mehr, lass mich noch. Na komm, beruhig dich. Ach, jetzt beruhig dich doch. Los. Los. Wie hoch ihr Herz schlägt. Ah, warte mal. Gut. Loot, loot, loot. Ähm, kann ich jetzt noch irgendwas... Nee. Auch nicht. Okay. Okay. Kann ich hin... Warte doch, bis ich dich finde. Ich sag dir doch, ich... So. Die Sache war jetzt nicht die... Die feine englische Art, aber... Äh, ja. So, das ist wahrscheinlich... Das ist Leder, das haben wir. Genug. Okay. Du hast bestimmt auch noch irgendeinen Loot für mich? Nein. Nein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020